Hallo große und kleine Zuschauer, ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. Ich bin Jasmin von Dancing Energy und möchte mit euch heute ein paar Schritte zu Dance Monkey lernen. Als erstes geht ihr zwei Schritte nach links und nehmt dabei eure Arme mit, dann zwei Schritte nach rechts. Dann nehmt ihr eure Arme nach vorn und dreht sie einmal nach außen. Ihr schlagt auf eure Hüfte, klatscht in die Hände, wieder auf die Hüfte und wieder in die Hände. Dann dreht ihr eure Arme oben und stellt euren linken Fuß nach hinten. Dann stellt ihr euren rechten Fuß raus und dreht eure Arme weiter. Ihr geht vier Schritte nach vorn, nehmt dabei eure Arme mit und dreht die Arme einmal auf Kopfhöhe. Stellt den linken Fuß raus und danach den rechten. Geht zurück und nehmt eure Arme über dem Kopf mit. Ihr nehmt eure linke Hand einmal ans Auge, streckt sie nach vorn. Nehmt eure rechte Hand ans Auge, streckt sie nach vorn. Öffnet einmal mit dem linken Fuß, einmal mit dem rechten Fuß. Dann geht ihr vier Schritte nach vorn und nehmt dabei euer Knie mit. Dann nehmt ihr eure linke Hand nach vorn, die rechte, die linke und wieder die rechte. Ihr slidet nach hinten zweimal und springt dann erst zur linken Seite und dann zur rechten Seite. Dann tippt ihr mit dem linken Fuß einmal nach vorn, tippt zur Seite und nach hinten. Dann öffnet ihr wieder, springt übereinander und dreht euch einmal nach vorn. Ihr nehmt euren linken Arm nach oben, euren rechten Arm nach unten. Wechselt einmal und dann nochmal doppelt links. Das Ganze zur anderen Seite. Eins, zwei, drei, vier. Dann lauft ihr einmal im Kreis, nehmt euren linken Fuß, tippt nach vorn, nach hinten, nach vorn und dreht euch wieder gerade in den Raum. Ihr springt auf euer linkes Bein, pendelt zur rechten Seite und zweimal zur linken Seite. Das Ganze zur anderen Seite. Dann nehmt ihr euren linken Fuß, euren rechten Fuß und klatscht zweimal vor euch in die Hände. Dann geht ihr mit euren Händen zu eurer rechten Schulter, zu eurer linken Schulter, zu eurer rechten Schulter, zu eurer linken Schulter. Das Ganze zur anderen Seite. Das Ganze zur anderen Seite. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Einstudieren und würde mich freuen, wenn ihr eure Ergebnisse als Beitrag unter dem Video kommentiert. unter dem Hashtag Tanzen mit Dancing Energy. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.